das nur hier das aufklärungszeneß auf ein versteck von diesem letzter typen gestoßen schön aber das riddler jetzt was warte mal da ist kein blut ich will auch nach hause bei uns darf keiner nach hause und wenn ich nicht darf darfst du auch nicht da oben dann ist er echt detektiver wo ist was wer ist das da gehört das zu mir die größte zu mir liegt wer ist das zu mir liegt wäre eine idee aber die spur die wir jetzt hier verfolgt haben die ist im sende verlaufen da ist keine blutspur bin hier komplett in die komplett falsche richtung gegangen da ist einer ich glaube dass ich vielleicht auch an diesem gas geschnüffelt habe schwer zu sagen bei all dem irren zeug das hier passiert hatte man dann auf der hochbahn ist doch was die ganze nacht ihrer persönlichen kriegsmaschine herumbraust bei der nächsten evakuierung steige ich in den bus so gucken wir uns da mal um hier was das war mal ein satz mit hier sind hier blut ja da ist eine hand hier sind wir schon mal richtiger das ist definitiv besser als für die rebellen in santa presca zu arbeiten die suchen da immer leute aber in dem knast möchtest du nicht landen so gucken wir mal so ein bisschen mit unsere neid wird mit unserer bed visionen warum ne nein gut ich meine im zweifelsfall das kann auch fledermäuse sind cool das ist doch nur purer penis neid oder so was war da was ja aber wer zum teufel war dann der joker nee okay so gucken wir da mal wir da irgendwer eine blutspur finden da liegt auf jeden fall irgendwas halt nach der fledermaus ausschau ich will nicht wieder überrumpelt werden bin ich offenbar schon zu hoch oder noch zu niedrig gucken wir nach hoch aber ich glaube auf dem dach war ich hier schon mal aber hier habe ich keine spur gefunden oder sicher dass es firefly ist ich könnte schwören dass es in gotham auch einen firebug geben soll hö 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 sooo Soll ich liebe, nette Gestalten wie euch? Hier war ich. So, dann müsste ich da hier gucken. Wovon redest du da? Was du, es hilft sich von seinen Lasten zu befreien, bevor man stirbt. Ihr holt mich umbricht? Äh, ja, das hatten wir irgendwie vor. Aber ich dachte, ich wäre eure Geisel und ihr wartet auf das Lösegeld. Wird was von Lösegeld gesagt? Wir wollen kein Geld. Wir können uns alles in dieser Stadt nehmen, was wir wollen. Nein, mein Freund, das ist Unterhaltung. Gute alte Unterhaltung. So, ich gehe hier offenbar... Ach, witzig. Mein Bewährungshelfer hat das gleiche gesagt. Bevor ich ihn angezündet habe. Hm? Wo kommt das Licht her? Äh, jetzt mal so spontan mal was anderes. Ähm, Blut. Hm? Wo ist die Person? Gut, ich meine, dass die jetzt nicht gerade freundlich gestimmt ist. Klar. Ich bin bereit, dich uns widersetzt zu haben. Keine Frage. Da geht die Framerate gerade um den Flöten. Ich habe schon ewig nichts mehr von Beeks gehört. Ich glaube, er ist plötzlich religiös geworden. Mal gucken wir hier mal. Wir sollten mal deine Schmerzgrenze austesten. Weil je länger es regnet, desto eher ist es wahrscheinlich, dass die Blutspuren... Nightwing und Robin. Ich wette, das ist derselbe, Jim. Nein. Ist auch nichts. Jetzt, wo ich weiß, dass Brucey Boy dahinter steckt, wird es noch erfreulicher sein, die Fledermuss zu schlagen. Habe ich mich jetzt komplett vertan? Hä? Weißt du was? Mir ist es egal, ob es ein Panzer oder ein Auto ist. Solange ich es nie wieder sehe. Äh... Ja? Da ging es nur darum. So, gucken wir mal da. Weißt du, wenn ich mir denke, wie lange du zum Lösen dieser Rätsel gebraucht hast, sollte ich wohl lieber mein eigener Ernstmann werden. Mhm. Ich spiele schließlich auch Schacht an mich selbst und brauche mir perfekt ausgeführte Mahlzeiten, bevor ich online anregende Konversationen mit mir führe, mit mehreren Nutzernamen. Achso? Oh. Nein! Da ist eine Spur gewesen. Träumen wir jetzt einfach mal weiter. Funktioniert das? Ah ja. Locker unter deinen Top 3. Ah ja. Und Detektivmodus? Nope. Da ist nichts für uns von Bedeutung. Nein, dieser Vorsprung bringt uns da auch nichts. Nein, jetzt auch nicht. Wir sind wieder da oben. Hält mir die Fledermaus. Damals als Stand noch gut aussah. Da ist Blut. Wo war denn jetzt das nächste Blut? Wo war denn... Wo war denn... das nächste gerade gewesen? Hat die Fledermaus diese Penner vom Arkham Knight schon verprügelt? So, hier liegt Blut. Gut. Hast du jemals von Team 7 gehört? Kommt ich richtig? Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Krasse Sache. Was ist mit den Jungs passiert? Sind untergetaucht. Niemand weiß, was genau ist. Es gibt eine Spittergruppe. Alles Frauen. In dem Zusammenhang habe ich auch diesen Namen gesehen. Richtig. Okay. Ich bin da drüben am Club. Black Canary. Black Canary? Ach, in dem Club. Okay. Ich bin froh, dass Batman ihn erwischt hat. Okay. Okay. Wo sind die anderen? Was habt ihr mit ihnen gemacht? Deine Sorge ist bewundern. Aber an anderer Stelle würde ich mir Gedanken um mich selbst machen. Ich weiß nicht, ob du es schon geschnallt hast, aber das endet nicht gut für dich. Was meinst du? Ich glaube, seine Dirne hat was abgekriegt. Das soll heißen, dass du dreckiger Jammerlappen mein dreckiges jemaliges Ende finden wirst. Ihr, ihr wollt mich umbringen? Bingo! Offen gestanden. Dachtest du, du bist hier? Achtung! Jetzt in der Mund! Mhm. Mal. Nein! Nein! Mhm. Erstmal ganz dezent aufs Fressbrett. Weil ich meine, wenn wir eh schon mal hier sind, dann können wir denen auch mal ganz dezent aufs Maul hauen, oder? Und, Gutsnacht! Komm. Na. Dann retten wir dich mal jetzt eben. Weil wenn die, die den Feuer, wenn wir mal loben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dachte nicht, dass jemand kommt. Hatte seit Wochen ein schlechtes Gefühl, seit das mit den Bränden losging. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, sie hatten es mit einem Serienbrandstifter zu tun. Toll. Es wäre wohl nicht Gotham, ohne einen Irrenpyromanen auf freiem Fuß. Der Chief sagte immer, wir schaffen das. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nicht nach dem hier. Alles kommt in Ordnung. Im GCPD sind sie und der Rest ihres Teams in Sicherheit. Ja. So. Äh. Wir wollten eigentlich... Endlich. Nein. Hier der Blutspur weiterfolgen. Ja.